Eine Skulpturenschau sollte es nach dem Willen des Künstlers werden, eingerichtet in Buden wie auf einem Jahrmarkt. Produzent Ueli Hirtzel ließ ein Raummodul entwickeln und engagierte für den Aufbau ein Team von Mitarbeitern, alle selber auch Künstler und begeistert bei der Realisierung eines für sie modellhaften Projektes mitzulaufen. Der Produzent ist nicht der Künstler, der wird nie dorthin gelangen, wo der Künstler ist. Er kann sich mit Fleissarbeit vielleicht etwas einarbeiten in gewisse ganz periphere Fragen, aber zum Wirklichen wird er nie vorstoßen. Und so weiß ich natürlich auch nicht, ob der Künstler in die fast schon profane Welt eines Produzenten vorstoßen kann. Der Künstler schreibt Wir finden uns hier in einem gemütlich-kriegerischen Winkel. Die Bombe, auch da wo sie näher ist, kann nicht wirklich gefährlich sein. Wir fliehen nicht und suchen keine Deckung. Wir wissen, dass dies ein Abbild, eine Projektion in einem Kunstraum ist. So auch der Kriegsmann, platt gedrückt und in der Zeit stillgestellt. Diese Bilder gehören der Vergangenheit an. Der Kriegsmann ist nicht so schön, es ist eine Bergstrom-Kübler und viele Einrichter von Berni Garten. Diese Börsen ist immer Bayekennige in einem Schaden, der Börsen-Kübler und St. Kürzen-Kübler. Die Börsen-Kübler sind șbanisch. Die Börsen-Kübler sind nicht immer drüberừkt, aber sieontonen Spannungsgericht. Sie müssen das Ganze beidesstrahams und so über die righteousness-Kübler. Die Börsen-Kübler sind immer wieder nach wie Künstler-Kübler sind. Untertitelung des ZDF, 2020